So! Vom Einkauf zurück! So? Na ja, ich bin Junggeselle, da habe ich meinen Ausweis gezeigt, da haben Sie mich vorgelassen. So! Das muss ja mindestens 20 Mark gekostet haben. 20 Mark und 43, 21, 24, Strich drunter. 100, 0, hier borgen wir uns ein, 97 Mark und 40 Pfenn. Was? Zahlt das Ihre liebe Frau? Wenn liebe Frau... Nein, hier... Sie wissen es nicht. Ach so, hier. Ah, ja. Mein letzter 100 Mark Schein. Ja, danke, stimmt so. Was, das kostet 100 Mark? Wo sind denn die zwei Flaschen Bier? Oh, Entschuldigung. Bitte schön. Was ist denn das? Ja, der Verkäufer konnte nicht wechseln.